Hallo Leute, was ist denn? Ja, labert doch alle dazwischen. Am besten, wir machen alle vier die Einleitung. Michael, ich überlasse dir den Vortritt. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Together. Ach, kommt schon, Jungs. Left for Red. Sorry, ich war gerade eingeschlafen. Ja, und wir sind jetzt hier irgendwie in einem... Ja, ihr seht ja hier so ein bisschen Until Dawn so hinten, so auch bei der Lobby, so bei Maps, so nennt man auch der Wald, ja. Wir spielen jetzt Slender. Oh, geil. Schwierigkeitsgrad ist Experte, also das heißt, Nico wird öfters mal abkratzen. Was, Experte? Da steht Schwierigkeitsgrad Experte. Alter, musst du in den Wald und lesen, was da steht. Mach das mal an, mach das doch mal, lass mal, lass mal, lass mal Experte mal an. Woll ich lassen? Ja, mach mal. Nein, bitte nicht, ey. Doch, mach mal. Wir werden sowieso sofort dann Umfragen starten, Schwierigkeitsgrad runter. Eine Runde, eine Runde. Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben, ey. Das ist doch nicht... Ey, Nico hat's verraten, er hat geschrieben, Experte. Ich hab's nur wiederholt. Wieso wiederholst du's denn? Weil ich nicht gesagt habe, das... Oh, fuck, ey. Oh, scheiße. Ich sag sowieso, wir werden sowieso voll failen, das schafft man nicht, Alter. Das ist kein Ding, das ist meinsch allein. Was muss man da beachten? Das ist Schwierigkeit Stufe 4, das ist die Höchste. Was man beachten muss? Einfach laufen und wegrennen. Die Zombies ziehen dir mit einem Schlacht 4 oder 5 Lebenspunkte ab. Also, ne Bitch heißt es One-Hit. Und die Tanks haben auch so doppelt mehr Lebenspunkte jetzt. Ey, Leute. Ja, Leute, willkommen bei Let's Fail. Eine kleine Runde. Boah, guck mal, wie schön die Bäume sind, ey. Ich glaub's nicht. Wo ist denn das Flugzeug? So schöne Birkenbäume, ey. Ich hab den kleinsten Pingin-Nutten. Da kommt der Mann. Ey, Leute, wir müssen uns jetzt mal Zeit nehmen und die schönen Bäume betrachten. Ich meine, es schaut's... Haben wir hier übernachtet oder brauchen wir drei, vier Schlafsäcke? Ja, ich hab hier übernachtet. Uzi, ey. Ich glaube, die Zombies werden nicht das größte Problem sein. Leute, alle im Kreis. Was denn? Scheiße, ich bin da nicht geklatscht. Ich glaube, wir werden selber das Problem sein, glaub ich. Wir werden jetzt diesen Wald für die Deutschen zurückholen. Was? Alter, Battlefield 1942 oder was? Da ist gleich wieder ein Strike. Alter. Quatsch. Kommt, Leute. Was? Zittrigier. Höhere Genauigkeit. Was? Kann ich mir nicht vorstellen. Dahinter dir. Alter, ich bin 20 Hitpoints abgezogen. Mit einem Schlag. Ach ja. Werfe. Alter, 20. Alter, Beate ist schon fast down, Alter. Die 20 Hitpoints. Wie soll man das schaffen, frag ich mich. Holy Moly. Jetzt zieh ich das mal. Alter, warum müssen wir schießen? Ey, der Geist ist krank. Ne, die zählen ab. Ich kann ja noch weiter auf dich drauf fallen, mal sehen, was passiert. Ich glaube, wenn der einmal schießt, ist er schon tot. Oh. Du warte mal. Ja, ja, kurz mal austesten. Die Zombies halten auch viel mehr aus. Oh, da ist ein Partycracker, Leute. Ja. Ey, schau auf damit. Was? Beate ist schon mal gleich tot, zumindest. Wieso ist der explodiert? Hat jemand auf den geschossen? Ja, du. Oh. Da ist ein Hunter. Ne, ein Boomer ist da. Wo denn? Äh, wo kam der Boomer her? Ich weiß ich nicht. Ey, der stirbt mir jetzt. Ich bin schmal zu f... Ich bin sofort tot, Alter. Ich bin sofort down gegangen. Oh, oh. Die kloppen alle auf Beate drauf ein. Warum rennt es sich keiner? Warum? Nein. Usch, äh, hilf mir. Ich werde vom Hunter auf gephraselt. Ja, das ist ein Gerät. Hier ist ein Smoker. Los. Hilf mir. Ich bin doch. Ich bin doch. Ich bin doch. Ich geh auf Buraki, du auf Uscha. Ja. Go, go, go. Easy, Leute. Ich hab doch gesagt, ich mach das alleine. Ja, ich werd dich nochmal drisch wieder dran erinnern. Get dragged. Boomer. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Es bin schwer voll gekotzt, Alter. Äh, Leute? Blauucht. Alter. Nein, ich wollte mich heilen. Das ist unglaublich, Leute. Das macht doch keinen Spaß mehr. Das ist so richtig geil. Ey, das ist voll gut, dass da jemand fliegt. Ja, es ist passiert. Ich hab schon fast. Ich wurde aus der Gefäckte gesetzt von Nico. Das ist hier schon. Das wird schon wieder. Ja, wir haben auf jeden Fall ne Menge geschafft schon mal. Easy, ey. So, ich hab vielleicht keine Munition mehr. Ich kann nochmal zurückgehende Munition holen. Nein, hier ist Smoker und Hunter. Und ich würd mal sagen, ja, willkommen, let's play zu, äh, Blutdurst. Okay, ich bin tot. Kein Problem, Burak. Immer wieder gern. Der hat mich mit einem Schlag nur 15 abgezündet. Nur einem einzigen Schlag. Alter! Es ist Böses im Busch. Kein Problem, Büro, aber es ist kein Problem. Ja, immer wieder gern, ne? Alter, das kann ich mehr. Er ist Boomer. Er ist Boomer. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht gesehen. Es ist alles neblig, das ist wie Silent Hill. Sag doch, es ist Böses im Busch. Ey, wer hat mich umgeschaut? USA hat Red Smoke aus dem Gefecht? Ja, ey. Ich bin tot. Lol, wer hat ihn jetzt umgebracht? Mit einem Schlaf, was? Ja. Schau, ey. Er schießt hier mit einer Shotgun auf mich. Smog, ich halte dein Medi-Pack in Ehren. Das ist keine gute Idee mit dem Schiff. Alter, lass dich! Was? Ich bin weg! Hat Robert mich gerade getötet? Nein, 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 nein. Da kommt noch einer. Ey, warum war ich da gerade um One-Hit weg? Ey, ey, ey. Ich war das. Oh, wir haben es auch nicht gemacht. Ich bin umgefallen. Ja, lass ihn nicht liegen. Rettet zuerst ihn, du Lieder. Ja, Ladies first, ne? Was ist das? Du Lieder. Scheiße auf ein Mädchen, Alter. Hier gibt's keine Gleichberechtigung. Der ist tot. Ich hab'n Medi-Pack. Den soll ich heilen von euch. Ja, wicht, ne? Nebenbei kann ich ja schon ein paar Videos schneiden. Nein, ich nicht! Schreitet euch drum! Hab gewonnen! Hab gewonnen! Jetzt krieg ich das Medi-Kilz! Echt? Ich hab's nicht mitbekommen, was passiert. Ist das krass, Alter? Was? Was? Wie geht er denn? Oh, Geil, das ist ein blödes Arsch. Ich hab'ne geschwöre! Ouh, oh, ho, 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 ho! Ich sehe das fast nicht mehr, ich seh' das fast nicht mehr. Echt? Ab und so macht es viel nicht Spaß! Was? Ja. Wo ist das? Geil. Wusaki? Ja. Lebst du noch? Ja. Du bist mit Low Hands mit ner Schotten abgeschossen. Ich seh. Du bist mit doch abgeschossen, Freunde. Mich hat ein Smoker. Mich hat ein Smoker. Mich hat ein Smoker. Zack, zack. Sofort 30 verloren, Alter. Ja. Ich bin tot. 30 pro Schlag weg. Alter. Geil. Nochmal. 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 Ja, jetzt müssen wir Umfrage starten, um die Dings zu senken. Aber das war lustig, ey. Das war richtig witzig. Das kommt vor, das richtige Video. Ich kann doch nicht. Ich will immer noch ein Video hier. Moment. Wählen Sie F1 vom Ja. Legen wir los. Nein. Nein. Umfrage zugestimmt, alles klar. Kurzer Test. Okay, ja. Es läuft. Nichts. 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 Hä, meine Munition. Oha, geh. Irgendwann gibt's Rache. In der Aktion. Das schneid ich richtig zusammen, so dass es am Anfang ist. Ah, das war geil. Das ist voll Best-Off, ey. Ja. Robert sagt doch so, schlagt euch drum. 20 Minuten Best-Off. Was? Alter, jetzt bin ich wach, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich wach geworden. Boah, Alter. Verpisst euch doch mal. Ich will mich aber auch nicht verpissen. Party Cracker. He, 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 he. Uuuuuh. Ja, unsere Familie rennt erstmal den Baum hoch. Alter, was wollen Sie von mir? Boah, geil. Alter, wo bist du denn sag mal? Hier gibt's kein Bier. Alter, wir haben Incoming hier schon, ne? Was? Schon da? Äh. Ich bin da. Ich... Ey, Smoke, wo bist du? So viele Abonnenten. Oh, geil. Oh, geil. Der schlagt mich hier ab. Ich bin bestimmt alle Scrons. Ja, Scron-Fans. So viele Abonnenten hab ich niemals. He, he, he. Oder ich, doch. Ich habe ganz viel auf die Blockier-Liste. Alter, was ist das? Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Jetzt Smoker sieht man aber überhaupt nicht, ey. Im Walde. Ey, wir sind mal weitergekommen. Kuraki steht im Walde, ganz still und stund. Ich bin Buschkinder. Warum haben wir jetzt auf einmal wieder so einen krassen Ping? Könnt ihr mir das mal verraten? Was ist ein Ding? Was haben wir? Ich hab einen guten Ping, 34. Ey, ich bin Brücke. Ich auch. Ey, das ist die Brücke aus dem Fernsehen. Das ist alles nebelig, ey. Das ist gar nichts. Ey, hör auf. Ich bin kaputt davon. Schau dir mal einen sexy Wagen an, ey, brrrr. Oh, ja, ich hab gefurzt. Ich hab's nicht, ey. Ich hab's nicht, ey. Meinst du, bist du hier sicher? Oh, Molly. Oh, Molly. Ja, geil. Wo ist Molly? Wie soll ich eigentlich keinen Medi-Kit sein? Oh, Pank. Ganz geil. Ich hab meinen Medi-Kit nicht mitgenommen. Ja. Scheiße, ne? Ich geh nochmal zurück. Oh, tschüss. Junge. Schnell holen. Brauchst du Escorte? Das Problem ist, ich frag mich jetzt gerade wirklich. Gibt's auf der anderen Rückreise nochmal Smoker oder sowas? Ich weiß nicht. Ich hab immer das Spidipack schnell, ne? Oh, Smoker. Oh, ne, lass mal. Ja, bei Nico hinten. Oder bei mir? Ne, bei, da hinten irgendwo. Da, ich seh'n! Oh, wie kommt denn der da hin? Locker easy. Kein Problem, Buraki. Mach' ich immer wieder gerne. Was ist denn? Oh, oh. Oh, oh. Hier gibt's auch noch Zoppies! Hier gibt's auch noch Zoppies! Oh, geil! Alter! Was hat die geschehen? Was ist denn hier geschehen? Was ist denn hier geschehen? Wachposten. Alles klar! Ich will mein Medikit haben! Jetzt ist es weg, ein Zombie hat's genutzt. Ein Zombie hat sich gerade selbst. WTF? Was ist jetzt hier los? The only hero. The only one with us. Der ist Boomer! Alter, da springt Eiskette in den Kram rein. So, ich hab' wieder Munition! Robert auch. Yeah. Ohne mich wär's zu gestorben. Guck mal, wie weit die da hinten sind. Ich seh' da hinten nur so'n blaues kleines Mini-Pünktchen. Ich hab' gerade'n Boomer getötet. Freunden! Tja, von den Zuschauern hätte das jetzt niemand? Was? Hallo? Ich seh' da hinten nur Leute. Beate wird gezogen. Ey, genau hier. Die Kreh kräht herum. Beate, pass auf. Hier war der Hunter? Oh, der springt da jetzt gerade in den Graben da. Ich hab's genommen? Ja, klar. Ich hab das ja auch... Oh, hier kann man runterspringen. Muss aufpassen. Cool. Mal vormachen. Ne. Ich glaube, von den Zuschauern hätte niemals jemand damit gerechnet, dass wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Kannst ja Speed machen, so. Ja, das kann ich leider nicht. Ach so. Lol, war gut nicht. Das ist komischerweise... Geht das bei mir nicht. Ne, ist doch voll genut. Ja, ich weiß. Dann müsste ich das Video erstmal beim Windows Movie Maker reinmachen. Dann die Stelle schnell machen. und dann bei meinem anderen Programm einfügen. Ja, mach doch. Wie, Maker noch? Ja, hab auch sonst nichts zu tun. Ja, verpiss dich, du Olle. Die sind aber gut aus, die Alten, ey. Was, Usha? Was ist los? Usha, nicht runterspring. Wer, der hängt da schon wieder rum. Hey du, wer hängt da ja schon wieder? Nö. 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 Ah, incoming! Juhuui! Ey. Ey, jetzt krieg ich die ganze Chance. Was ist denn los mit hier? Was ist denn los mit hier? Jetzt bin ich wieder zurückgestoßen worden. Haben wir es jetzt geschafft hier? Immer wieder hier. Kein Problem. Ich halte mich mal selber. Ich wollte zurückgeschmissen. Ich wollte zurückgeschmissen. What the fuck? Du hast zurückgeschmissen. Ja, ich bin... Hier ist ein Boomer. Boah, geil! Ich will mich auch mal. Licht ausmachen. Licht aus! Also Licht aus. Hier findet uns Nico niemals. Disco, Disco, mach Disco, ey. Nico findet uns niemals. Geht's hier runter? Geht's hier runter? Hab ich's gefunden. Oh! Ja, los, komm her. Du schaffst es. Ja, komm her. Meine Rohrbombe. Hallo! Guck mal. Nougat. Allah. Fatschmerzen. Explodiert. Rohrbombe. Was? Nougat? Nee, Karamell. Karamell oder Nougat? Sag mal, wir sind hier auch in irgendeinem scheiß Wald, ne? Wo keine Sau existiert. Und hier stehen Milliarden Zombies rum. Was ist das? Ich mach wieder einen auf Jump'n'Run hier, ey. Also schon schießen. Partycracker! Meins. Ey, das ist schon wieder so ein Bitch. Hunter schreit irgendwo rum. Nein! Mobbingkreis. 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 Ich krieg dich! Das war doch unfair. Gar nicht. Doch. Aber nur bei Roller. Nur heute. Munition! Einfach durch. Rein mit euch! Oh yeah! Ey! It's Shotgun time, baby! Klasse! Oh, ich hab schon noch mein Medi-Kit. Yeah! Ich sag doch, scheiß auf Shotgun. Jetzt geht's ab hier mit, ähm, Maschinenpistole. Ah, geringsten Schaden! Was? Buraki! Ja, ich dachte, das wär immer noch, äh, das muss ein Fehler gewesen sein. Mhm. Das ist immer noch die Anzeige von Hardpoint von eben. Wer will, geht aufs Haus. Oh, jetzt nicht mehr. We deserve this. Maybe you did it didn't do anything. Had not to echo. Hey, mit den Englisch lernen wir nochmal. Echt mal, ey, Buraki. Ja, ich lerne Englisch hier an der Tafel, siehst du. You deserve this. Hab ich grade gelesen. Maybe you did it. I didn't opt anything. Der Oster läuft mal wieder alleine rum, ey. Hä? Ich möchte jetzt nur ne Vorarbeit nehmen. Diko Niko liest da ganz schlicht die Vorbedingungen. Oh, oh, the train tracks. Oh, smoke. Smoky. Smoky boy. Das heißt, ich muss mit der Tür weggeschlagen. Ich hab ne vergescht. Ich kann ne mehr. Blablablablablabla Guck mal, das macht man so, Leute. Da lost mich der Affe. Da lost mich der Affe. Beste, Mann. Schlecht. Oh, oh, da kommt ne Horde. Er macht die Tür zu. Ey. Er macht die Tür zu. Er macht die Tür wieder zu. Und wieder. Ich mach sie auf. Ey. Er macht die scheiß Tür ja zu. Genau jetzt hab ich keinen im Mund mehr, ne? Was? Boah, wer atmet sein? Alter, wer hat den Hall so laut? Oh. Ich schieß Nico in den Arsch, Alter. Oh, man. Autoshotgun, Autoshotgun, was? Autoshotgun nehmen. Oh, geil. Wo ist Autoshotgun? Wo? Ich nehm lieber die M16. Ja, ich auch. Die ist viel sexier. Ich denke, das ist ne Kommando. Ja, Kommando auch, ey. Kommando geht. Du bist ne Kommando, Alter. Kommandowurst. Was ist überhaupt das Ziel jetzt, äh, des Weges? Wir sind... Ja, ich... Wir sind ja mit dem Flugzeug geflogen und dann sind wir auf einmal hier gelandet. Geil. Uni. Leute. Easy. Ja, aber wir haben auch voll keine Munition mehr. Hör auf mit der Scheiße. Hör auf mit der Scheiße. Ja, das ist Beate, Alter. Ja, voll. Dankeschön. Was? Ähm, was? Ihr habt den Alarm aktiviert, ihr. Hier sind... Hier kommt keiner rein. Hier kommt... Hier kommt keiner rein. Oh. 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 Was ist hier los? Wie kommt ihr jetzt auch mal von hinten, Alter? Hinten war alles näher. Ist das... Kann das sein, dass es hier... Guck euch bei den tiefsten Jungs. Kann das sein, dass es endlos incoming ist? Oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. Immer wieder sonntags. Hier gibt's frische Brötchen. Ja, das ist frische. Ja, das ist frisch, ey. Geht's hier hoch? Ich denk mal ja. Okay, hier gibt's gar nichts. Nicht mal Tee. Nein, er hat mich, er hat mich! Ahhhh! Nein! Ihr wartet so und nicht auf mich, ne? Wenn du gesehen hast, wie geil ich da gerade runtergesprungen bin. Bitterfatz, Cracker. Der Alarm ist übrigens immer noch an, ne? Der stört überhaupt nicht. Nee. Ich dachte, den mal abzuknallen oder so. Nö. Achso. Ich dachte, hier wär ein Alarm, aber das ist nur ein Autorizer Personal Only. Das darf doch nicht wahr sein! Schon wieder Kisten! Oh, geil. Ah, mein Bein! Boah, scheiße! Was? Ich muss mich scheinen! Nein, nicht drauf schießen! Oh, geil! Oh, geil! Ich hab's schon. Verdammt, hör auf damit! Was? Verdammt, hör auf damit! Ey! Ich werf das, glaub ich, zu Beate hin. Warte, ich will hier hochklettern. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Nachmache, ey. Abbrüchst Fenster. Ist das hier Sand, oder? Hier waren wir doch schon! Geht's da oben weiter, oder nicht? Ey, Leute! Hier geht's weiter! Oopsala. Wiiiii! Alter, wie geil ist das denn hier? Ähh Teeeeeeh! Kommt der hier hoch? Neeein! Mein Picks hier! Ich liess drauf! Ich hab's! Alter! Ey, ich bin in der Ritze! Ey, komm ich mal drauf! Ich bin in der Ritze! Alter, der wirft'n Stein! Willst du mich verarschen? Ey! Alter! Alter, fliegt da irgendwo keine Ahnung wohin! Ja, der ist drauf! WTF? Ist der mal tot? Jetzt ist er tot. Hier ist ein Smoker irgendwo. Der Tank tot? Ja. Der Smoker lebt aber hinter uns noch. Das Zombie ist on fire. Scheiß drauf. Na los, verärzte dich Mädel. Das hab ich auch gehört, das war so geil. Boah, Bug machst du immer vor mir, Alter. Direkt vor Nico. Ich dachte, was das denn für ein mies... Mistvieh. Alter, was hat mich denn da... Mich hat Zombie heruntergerufen. Alter, ich seh nix, bin voll gekotzt. Einfach fiss dich. Wenn jemand voll gekotzt ist und keinen Schaden bekommt, dann dürfte man eigentlich ne Auszeichnung bekommen, hab ich gelesen. Du bist zu viel. Meinst du das Wunschhaft? Ja. Ah. Boah, geil. Ich hab genau einen Schuss. Und der steht... Ist der gay? Und der steht nicht getroffen. Wir sind ja schon wieder bei Black Ops 2, bei Transit. Ich hab voll das Niederbü gerade. Da gab es keine Züge, da gab es nur einen Bus. Der hatte mal... Da hinten bei... Da wo's rot ist, ist ne Witch. Ich hab leider keinen... Ich hab leider keinen... Okay, Beate, du bist tot. Ich hab nämlich keine Munition mehr, ne? Alter, was will die? Ich hab keine Munition mehr. Ja, schieß auf'n bisschen, Nico. Oh, ja, gern. Ey. Ich wollte eigentlich Beate treffen, sorry. Ey, das ist ein riesiger, gigantischer Milchtank hier. Milch? Da sind wir sicher! Schön Kellachs essen. Oh, geil, safe. Was, schon wieder? Oh, ho! Ich bin zu fett. Ey, ich heil mich jetzt immer so schnell hier. Sonst kommt Robert, der alle... Jetzt hab ich den Ruf weg, ne? Ja. Robert, Robert, der... Ja, dafür bist du auch am meisten außer gestorben, ja? Gar nicht wahr. Ist der... Oh, shit. Ja, da war er bei uns irgendwie. Ja, der ist... Ja, der ist... Ja, der ist... Robert hat mal der kleinen, äh, Ding da eingeklemmt. Ja, ja, jetzt kommt die Ausrede. Ja, ja, jetzt kommt die Ausrede. Oh, ähm, ich glaub, ich würd sagen, wir sehen uns bei mir. Nein. Nein. Du bleibst, bleibst hier. Wir machen einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Du bleibst auch hier. Ciao! Ihr bleibt alle hier! Und wir kommen zurück, ey! Let's play, äh... Ho, 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 ho! Äh, Switcher 4. Oh, Bracki! Oh, ich hab epileptisch an... Ich bist ein Naked. Braucht das jemand? Oh, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ihr gibts noch mal. Ich will nicht. Oh, geil. Ja, geil. Ich nehm's, ich nehm's schon. Ich will's haben. Warum? Geh doch einfach mal weiter. Echt mal, ey. Normalerweise mach ich das eigentlich, ja? Immer voll... Ihr müsst mal teilen, ey. Ihr, der hat dazu langsam, ihr. Der hat langsam dazu. Immer rechts lang. Immer rechts lang. Was? Rechts? Rechts? Das heißt, er nimmt er hier rein. Hier geht's nicht weiter. Was jetzt? Und jetzt kommt ne Zombiehorn. Was, wo? Ich hab Angst. Also, ich bin die ganze Zeit rechts gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Leute, wo seid ihr? Halt, was haltet ihr davon? Ah, ne. Was denn? Erzähl. Ne, 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 ne. Doch, 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 doch. Jetzt musst du's sagen, ey. Ja. Dann müsst ihr mir kurz mal... Zehn Sekunden kurz mal hier... lassen. Ja. Los. Was ich mal machen? Ihr wartet ja nicht. Ich lauf jetzt vor. Knall alle ab. Ohne euch. Was ich mich mal jetzt machen? Einfach deinen Arsch begehen. Schuss. Oben. Oben. Meinst du die ganzen Zombies, oder was? Alter. Oh Gott. Bitteschön. Puh. Was wollen die alle von mir? Bum, bum, bum. Bisch Kronkh. Wieso Kronkh? Keine Ahnung. Was ihr mit eurem Kronkh die ganze Zeit habt? Beate, voll schlimm. Tank! Guck dir mal Danny Vernitsch an. Usha, halt, ist sehr schlau von dir, genau in meine Schusslinie zu laufen. Okay, der lädt nicht lange, der lädt nicht lange. Easy, ey. Hast du gesehen, wie ich ihn rasiert habe? Und mal wieder auf sechs Pferde machen? Weißt du, weil du die ganze Zeit auf seinen Knie geschossen hast? Na, auf seinen Kopf, ey. Ich bin echt. Ne, was willst du? Du bist der Bitch-King, ne? Bitch. Bitch, please. Der Bitcher. Der Bitcher. Mensch, Robert, hier, äh, Beate, lauf mir nicht vor meiner Linse hier rum. Weg. Weg. Was? Oh, Vorsicht, Bitch. Wieder? Nicht aus. Beate, dein Job. Painkiller. Was? Der Bitch ist da, dein Job. Tu deinen Job. Ne, nicht mal nicht. Ach du Scheiße, wo ist die denn? Pass auf. Oh. Soll ich werfen? Weiß ich nicht. Opfer. Gut. Geil. Lauf. Oh, 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 oh. Die lebt noch? Ne, wie der da so rumschreit, wie so hysterisch, Alter. Ah, du Mistfie. Bitch-Häger hab ich bekommen, der Punkt schafft. Tür zu. Das ist meine Sache mit der Tür. Das brennt immer noch scheiße. Ich geh professioneller runter. Hast du gesehen, ich hab's ausgepupst. Was? Lol? Was? Was ist das denn jetzt? Wieso drückt ihr auf Nein, ihr Idioten, Alter? Äh, auf Ja, man. Na ja, auf Ja, Alter. Drück die mal auf Nein. Ich hab auf Nein. Was passiert jetzt? Alter, die wollen echt auf Experte stehen. Echt mal, Alter. Das sind voll die lebenswüten Hunde. Wer wollte auf Experte machen? Der, der die Umfrage gestartet hat. Wie geht das? Was? Keine Ahnung. Oh, fuck, Leute. Oh, fuck, Leute. Ich seh' nichts, du kriegst einfach mal Feuer. Eis? Ja, und ich treff' auch alle damit. Ist euch kalt? Da kann ich sterben automatisch, ne, wenn sie sich Feuer laufen. Das hab' ich in der letzten Folge nicht ungesagt. Ne, vorletztes. Ey, da hängt... Ey, da hängt... Kann der mal aufhören? Das war Beate. Hä? Oh, weiß ich. Jetzt spammen wir rum mit den Umfragen, wa? Hunter? Kein Hunter. Smoker? Smoker? Ich glaub schon. Ah, da war er. Oh, Munition, oh geil Was, wo? Und hier liegen, glaube ich, Partycracker Partycracker Alter, ich höre voll Zweimattes Geräusch Ist der Geräusch immer, ey? Gibt es hier keine Mollis, Alter? Hier gibt es so fucking Pipebombs, warum? Das ist sogar, glaube ich, von dir Oh, ich mag diese Bomben nicht, ey Nee, ich auch nicht, Mollis sind tausendmal besser Ja, richtig, ich bin ein richtiger Molli-Typ Was ist mit ihm los? Ich bin auf dem Milch-Tank Ich auch, jetzt nicht mehr Jetzt bist du in meiner Linse gewesen Oh, Smoker Wo? Ah, nee, doch Der eine Typ hat so ein grünes T-Shirt an Wow Er guckt auch Äh Äh Äh, lol Ja, klar, ja, natürlich, raus Ich hab auf, ich hab auf Ja gedrückt Es hat nicht so schlimm Manchmal ja Hey, was? Oh, das ist das komische Echo, was ich die ganze Zeit höre, von irgendeiner Waffe Ja, das ist von Usher Warte mal, am besten jeder Schiff und, äh Hier sind Molotows Hier ist noch ein Molotow Was, wo, 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 wo? Ja, oben, bei mir Na, Nico, kommt schon in der alte Geizkragen, ne? Hehehe Usher hat die Meute aufgepiegelt Hey, das bewegt sich Beate voll da unten im Flamm Na, der schlüpft nicht so schnell Na, bist ein bisschen gebräunt Ein bisschen Oh, ne, ein Hunter Wissen War ja langweilig Ist doch, hast du jetzt so schnell gekillt Oh, ne, ein Hunter Ah, danach Kommt hier Wichs nach Kann das sein, dass er endlich kommt? Mutter, hab ich gesagt Guck mal, die eine hängt hier noch Boomer Oh, ich wurde vollgekotzt Runter mit dir Äh, Zombie Äh, bist du Zombie? Ich seh nicht Bist du Zombie? Hast du schon mal entsprechenden Zombie gesehen? Ich hab vielleicht keine Rune mehr, ja Ja, Beate wird da oben gerade schön gezogen Vom Smoker Was toll Dahinten am Arsch der Welt Weil er gerade ohne uns abhauen wollte Hast du nicht noch so ne Tickbombe oder so? Ich schmeiße gerade, ich schmeiße sie gerade Weg hier Oh, guck mal, hier liegt Mildkid, geil Ich hab ein Mildkid gefunden Da hattest du mein Mildkid Nein, du kommst da eh nicht mehr wieder Ich verarzt mich mal ganz gut Jetzt ein Safe-Room, Leute Ey, hier ist eine Kuh, geil Ey, das ist meine Kuh, ja Alter, hat jemand Mildkid genommen? Egal, da ist eh was Weg hier Oh, ich bin jetzt tot Oh, guck mal, Beate lag da unten Was? Was, was? Nichts? Ja, man muss Robert hier im Auge walten, ne? So, wir haben es geschafft, Leute Yay Warte um Klacks Genau Wir haben es alle geschafft So, Opferd mussten leider sein Anders ging es nicht Ja, alle haben es geschafft Souverän Klar Hier Na, Tank, ey Passt zu dir, ne? Richtiger Tanky-Boy Ja Jetzt bin ich mein Toter auch gerne Ich bin der Tank Bin ich jetzt eigentlich weiterhin tot? Nö, jetzt bist du wieder hier Leider Leider, ja Was? Das kommt Ey, was sind das? Zement-Säcke, oder? Ich glaube schon, ja Fertil- Also, ja, Fertil- Fertilizer Nein, das ist Dünger Du bist Dünger Das habe ich von Ark gelernt, ja? Guck mal, ich habe euch was Schönes gekocht Oh, geil, Bohnen Ich gehe wieder rein Hier, was Schönes zu essen Oh, Leute, Uraki hat Bohnen gekocht Aufessen Bohnen mit Zwiebeln Ja, okay Dann mit Meine, meine Bohnen mit Zwiebeln Das sehe ich nicht Robert, Rett's vor Und wenn du nicht gleich verschwindest, werde ich dir eine Zwiebeln Das war so ein gealter Bud Spencer-Spruch, ja? Habe ich nie geschaut Oh Gott Gott, ich wusste, dass es kommt So schlecht Was? Schau Kein Wunder, dass Robert, äh, nicht hinterherkommt Mit der Welt Wir schauen den Stall durchs Oh, geil, hier ist nur ne High-SQL, äh, Abschlussball Ey, oben geht's auch lang Scheiß auf oben Ey, der hat mich irgendwie an Barbeo 2 an die Farm, ey Runter mit dir Alter, hier liegt ne tote Kuh Hier liegt ne tote Kuh rum Habe ich doch eben auch schon gesehen Sieht voll eklig aus Ich komme hier echt nicht weg, ey Smoky Boy, was ist los? Das ist der ganz hinten Soll ich dich retten? Ja, wir haben ihn alle gerettet Ich war's Lade nach! Lade nach! Die gibt's immer noch keine Jockeys und sowas Wo kommt die denn? Ich hab wieder Party Cracker Hier liegt ne tote Kuh Was? Was, wo? Oh, ey, guck mal, ey, Leute, guck mal Ey, nee Harvest Moon Guck mal, ja, jetzt, guck mal Was denn? Ey, hör auf damit, hast du gehört? Nein, niemals Mein scheiß Party Cracker Immer wenn du saßt, krieg ich voll Hunger auf Pringles Ha, guck mal Alter, ist das doch ein Party Cracker Pass auf, Leute Guck mal, hat die Tungel in dem Arsch Alter Alter, bist du doof? Wer war das? Ja, wer wohl, der da oben Der da? Tontaus schießen Alle auf Beate Ich hab reich gemacht Das war die Kuh Boah, du hast das denn geschmissen Ja, oh no, fuck Au Hab ich gar nicht Nee, 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 nee Ich hab Boomer nicht gesehen Noll, da machen Boomer Ich seh wieder nichts Ich seh auch nichts Sieh auch so, sieh auch so viel grünlich Ihr kriegt doch alle schon Hartz 4 Was, Hartz 4? Er, mich als Mocha Nein, mich als Mocha Nein, ich muss mich hier echt Verdammt Ihr könnt doch auf die Zunge schießen Hab ich Wenn ihr den Smoker nicht seht, könnt ihr auch auf die Zunge schießen Ja, aber ich hab mich gerettet, wo ist der Dank Ja, wieso rettest du mich? Was soll die Scheiße? Hey, was fällt dir ein? Was soll die Scheiße? Ja, ey Jetzt kann ich mich heilen, nur wegen Beate, weil er mich so langsam gerettet hat Hey, der Partycracker, hier ist noch einer Ich Den roten oder den weißen? Ich will eigentlich rot Okay, dann nimm ich rot Jetzt ist der weiße aber weg Den weißen mag ich sowieso nicht Was? Ich hab das Mooney Hier ist noch so ein... Tablette Ach ja, wir sind wieder hier in der Schule, Teil 2 Schule? Was, Schule? Ach ja, hier, Robert kann wieder einen Vortrag halten Was? Okay, Moment, ey, Leute Bitte hinsetzen Hier gibt's aber keine Stühle Egal Egal Sucht euch einen... Ey, Usha Hinsetzen Hör auf damit! Hier werden die Regeln jetzt entschärft, das ist ein Fettsack, Moment Ja, der stört Das ist ein Fettsack, was gebracht werden musste Der Lehrer wird angegriffen Was soll das? Jetzt nicht mehr Du hast ihm viel zu viele Ausaufgaben gegeben, deswegen Geil So, Leute Also, der Plan für heute ist, mal wieder, wie letztes Mal, ich bin der Kopfschussking Ach, komm Ihr müsst mir die Kopfschüsse überlassen Das nächste Mal bin ich der Lehrer Niemals, ey Ich bin der alte Sack hier, ich bin der weise Mann, ich bin der Lehrer Ey, hier Platz Platz Böses Kind Böses Mädchen Böses Mädchen Alter, was hängt der an... was sind denn hier für geile Bilder hier, uuuuh Spannei Die hat noch einen nackten Rücken gehabt gerade Nackten Rücken? Die kommen durch die scheiß Fenster nicht durch, das ist unglaublich Ja, weil die zu fett ist Ohhhh Und wer ist jetzt hier der Held, der jetzt die Sirenen abmacht? Ey, ich bin nicht mal ab, berühmt Und tschüss Er schwammelt wieder Und tschüss, sagt er Ja, die sind, kommt hier rein Alter, rein! Und am besten durchs Feuer schießen Und am besten durchs Feuer schießen Jaaaaaaah Ah, von hinten auch? Du hast schwer zu viele Ausaufgaben aufgegeben Echt mal, ey Was ist jetzt? Nächstes Mal gibt's keine Ausaufgaben Echt mal, vor allem nicht auf dem Leiter Oh geil Oh geil Nicht mich abschießen Ja, du sagst... Ich konnte dich nicht erkennen zwischen... Du sagst aus wie der Smoker Lade nach! Das höre ich irgendwas Das Smoker spielt doch mit uns mit Weil du so ne Zigarette im Mund hast, ne? Ja, erstmal heilen, ey Hier ein bisschen abdancen Für die Ladies Da komm ich wieder zurück Warum habt ihr alle Perlen? Ich will auch Drogen Automatische Shotgun, jawohl Okay Hier gibt's nur... Hier gibt's nur Rohrbombe, falls jemand braucht Ja Okay, Robert hat sich schon geklaut Was? Hier lang, ne? Wir verfolgen einfach den Nebel Da, wo uns der Wind hinführt Okay Zum Baum Ja, ne, es geht wirklich Scheiße Es geht wirklich Ja, komm mal her Er hängt ja wieder so rum, weißt du Das kann doch nicht wahr sein Ich rette dich, ich rette dich diesmal Nein, ich rette dich doch nicht Komm schon Ich hab dich Das hast du voll von mir geklaut Ja, ich wollte dich mal nachmalen Junge, schießt auf mich Junge, schießt auf mich Junge, schießt auf mich Ich hab mich mal auf dich geschossen Das war Nico Was? Wo will Nico eigentlich hin? Nico, wo rennst du hin? Nico? Hä? Alter, wo will was? Oh Dann gehst du nicht weiter, Junge Ey, du... Ach, hier geht's nicht weiter, oder was? Ja Hä, wie ist es noch so weit gelaufen? Ja, hier geht's aber weiter, bei mir Äh, was ist das für ein Scheiß? Was ist die kacke Abzweigung hier? Medi-Kid Aber nur eins Ist da hinten der Safe-Room? Sieht nicht so aus Hier ist das Auto, was Robert angeschossen hatte? Ich hab's nicht angeschossen, ich bin nur drauf gehüpft Das war dann so Oh geil, hier ist ein, äh... Fuck, wie heißt das? Party-Kid Ne Gas- Ne Gas-Buddel Wo ist ein Medi-Kid? Ich brauch eins Upsala Da war nur eins, hab ich gesagt Achso, okay Ufff, ich hau dir mit einer Gas-Buddel auf deinen Arsch Na na, Buraki, was für Ausdrücke du verwendest Das können die Kinder zusehen Das Spiel ist ab 18, was willst du? Ja, die Kinder heutzutage, ey, was die alles machen Ja, das ist deren Problem, was die Kinder machen Ich meine, ich spiele 5 gegen die hier auf dem Gehchenklo Alter, was geht denn hier ab? Oh, Blutbad, blöd, ey Alter, das ist... das ist ein Rasenmäher Alter, ich... hä? Was? Was schweigt denn da? Was ist denn geschehen? Tabletten! Was macht Be- was macht Beate da hinten? Leute, er hat ne Witch aufgesteckt Hey, hier gibt's ne andere Tickbogen Ein Hunter auch noch drauf, ich glaub's nicht! Boah... Die hunde ich nicht meine Hunde Ne, ich will nicht, ja Alter, du hast alles gehabt, Alter, du... Ne Hunter, ne Witch und ne Smoker Das muss man schon schaffen, ey Und wo bleibt der Tank? Was ist das hier für ne Form, ey? Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Wo? Wie viel Harry Potter sind wir? Ja, richtig Harry Potter Ach stimmt, unter der Treppe, ne? Im ersten Teil Meins, hab ich gesagt Aber wie viele Medikids hast du eigentlich unter der Nagel gerissen? Echt, ne? Richtig geizig der Typ Passiert schon mal Ich komm immer auf die F-Taste, ich weiß nicht warum Hallo? Ich glaub, weil ich bei Google zu oft Ficken eingebe Zentrale? Zentrale funktioniert noch nicht Ah! Oh, ich komme! Alter, was war das denn? Ich seh, ich seh ihn nicht! Wo ist der? Der ist genau unter dem... Toll, da bin ich, da war der direkt von mir Also... Nein Wieso geht's hier eigentlich nicht weiter? Naja, kann ich eh nicht! Ich will jetzt zugucken Nico hat irgendwie Probleme da unten Ich seh auch nichts, ich weiß nicht wohin Hier, immer den blauen... Von Zombies, ne Menge Alter! Du hast keine Munition mehr, ne? Alter, das stimmt nicht! Springt da ein Hunter? Da springt ein Hunter, da ist ein Hunter Ich hab eine Rundschaft bekommen Ja, Glück hat's verstanden Ja, das ist es! Das ist es! Das ist es! Das ist, wenn du angekotzt wirst und keinen Schaden erlitten hast Ja, geil Nico! Ich liebe dich, du hast mir ne Auszeichnung gegeben Hahaha Dafür kriege ich... Dafür erde ich dich bei Facebook Okay Was? Fatze... Wieso renne ich eigentlich das fünfte Mal jetzt hier? Da ist ein Smoker draußen Jetzt nicht mehr Ist hier eine Munition? Ich höre genau, wenn Beate bei mir zuguckt Höre ich das genau Jetzt... Jetzt grad nicht mehr Hier ist ein... Hier ist ein Smoker... äh... Dicker irgendwo Hier ist ein Monitor Oh, oh! Ach! Du darfst ihn töten! Du Arsch! Alter, jetzt kommt... Jetzt kommt auch richtig Dicke hier Ich komme hier nicht wieder raus, Leute Alter, wir sind hier voll eingekesselt Fahrbombe! Nein, ist immer gut Er hat mich! Boah, Alter, wie der weggefetzt ist, ey Ich hab das zuerst auch mal gesehen, der ist voll weggeflogen, ne? Hehehehe Ich werde es erstmal setzen Boah, hier ist ein Bein! Ich werd zu alt für diesen Scheiß Hehehehe... Guck mich an, ey! Hehehehe... Zum Glück bin ich hier nicht runtergegangen Arschloch! In diesem Scheißhaus war ich schon zehnmal da hinten drin, glaub ich Ich hab wieder so'n Fettsack Klöbsen Umi? Wo ist der? Ich höre ihn noch... Ist das so ruhig gerade? Umi! Scheiß auf ihn, Alter! Lass weitergehen! Alter, was geht's hier denn? Hä, wie geht's denn hier weiter? Hier hinten! Was, wo? Da, hier hinten! Geht's noch weiter! Okay! Schauscher! Schauscher! Dreckspiel! Von da sind wir doch gekommen! Wenn du jetzt schlecht bist! Ach, klappt! Nie, lieb! Ich bin jetzt von dir gekommen! Oh! Auch natürlich, wenn wir mal nicht... Ey, wir müssen Usher bisschen aufhalten, er ist ganz so traurig! Ja, die Friede zweimal verreckt! Dreckspiel! Ja, geil, wieder Waffen! Wolland geht's jetzt? Ja, das... das war ich mich auch von wo... Hier kam doch... Hier kam doch... Also, ich hab sowieso'n Gedächtnis wie ein Toast! Boah, ey, locker! Könnt ihr doch mal Hilde machen, dass wir da mitspielen kann? Ja, sag, wo war der Gedadler? Ja, ich hab gedacht, du umkreis! Boah, incoming! Wo? Ja! Hier bei mir! Okay, bei Nico nicht mehr! Hat doch grad Debsy gesagt? Was? Nee, Francis! Hab Debsy überstanden! Perfekt! So leute! So leute! Hey, jetzt ist wirklich die Frage, wo geht's jetzt lang? Wollen wir mal hier lang gehen? Wo ich... Hier ist das Auto, stimmt! Hier ist das Auto, was Dings angeschossen hat! Ich hab's nicht angeschossen! Aufgesprungen! Du hast es angeschossen! Und... Ah, stimmt! Hier... Hier... Dings rum! Ich hab ja Arte gefunden! Wenn wir jetzt einen Defibrillator hätten, könnten wir jetzt Dings wieder benehmen! Ey, du warst doch gerade eben... Hier! Seid ihr wieder beim Hauen? Jetzt weiß ich auch wo! Jetzt müssen wir hier! Da! Ja, genau! Oh! Alter! Weggeboxt, ey! Aber richtig, ey! Komm, das schaff ich doch nicht! Geht's auf die Brücke, oder was? Ja, easy! Da war der scheiß Boomer die ganze Zeit rumgeholpst! Brücke! Dahinten ist der Safe Room! Ich komme! Ich seh am... Nicht am Ende des Tunnels! Und das bist nicht los! Was willst du? Lass uns von hier runterkicken, so! Verlust! 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 Das ist ja voll langweilig! Nach dir kommen wir ja einfach und Zombies sind bei uns her! Alle Medikationen, Salah! Ich will eigentlich noch mal ganz viele Zombies abschneiden! What the fuck?! Haha! Ach, jetzt muss er die Tür zu machen! Ich hab trotzdem die meisten Kills zu Penner! Versteh ich! Ja! Yo Leute, ich würd sagen, das war's für diesen Part! Dann werd ich jetzt nach Edeka laufen und mir Lollipop holen! Witschiger Null! Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part! Haut! Rein! Ausdrucksweise! Yo! Hallo Leute! Und willkommen zurück zu... Ach guck mal, Beat ist wieder da! Bei Left 4 Dead Together! Boah, hier ist Klopapier, Leute! Endlich! Ein Traum wird wahr! Hey, ich... Im ersten Teil hab ich doch gesagt! Das hast du interessiert keinen! Ja, jetzt... Ja, jetzt wird's langsam interessant, ne? Guck mal, wie der rumhüpft! Guck mal, wie der rumhüpft! Guck mal, wie der rumhüpft! Ja, aber ich hab keins und ich bleib tot! Und ich hab nur noch nicht mal einer Satz! Rest in Peace, James! We love you! Guck mal, wie der rumhüpft! Guck mal, wie der rumhüpft! Guck mal, Ofline die rumhüpft! Guck mal, wie der rumhüpft.... Guck mal, wie der rumhüpft! Guck mal, das ist das, was man jetzt... 50 Jahre alt bir umbrella ein we Started棒 hat, 100 Jahren! Buss jetzt deniesen Grundnuss umkehren ! Hör auf keinen mitzuholen! Es das einfach mal erst Oh, komm schon! Kein Ding! Ich weiß kein Ding! Ja, aber das... Es ist nicht angebildet. Hey! Oh, lade nach! Hm, was liegt denn hier rum? Was willst du? Boah, der hat überlebt, ey! Aber ich. Hey, it's Moe K. Drew, beibeschützt! Was? Ja, mach schon richtig gut. Guck mal, wer da vorläuft, diesem Muffy-UA. Ist irgendwo eine Witch. Egal. Ich hab... Ich weiß... Ich weiß ja, wie man sie... Ey, da ist sie! Alter! Oh-oh. Nee, die setzt sich wieder hin, glaub ich. Oh, wartet ihr? Soll ich die anballen, oder was? Ja, cool! Ey, erst mal hab ich die Smoker da killt. Drew, bei hat die Witch aufgeschritten! Was? Ich? Warum ich? Alter! Die hab ich voll ungenietet. Iiiiih, von da hab ich sie gesehen. Alter! Hat sie dich geküsst? Hat sie sie geküsst? Zum Glück nicht. Boah, da bist du immer noch Jungfrau! Echt mal, ey! Was steht denn da? Warnung! If you keep arms above... Head and the all times. Or you will be shot on the side! Ach! Wie ist das? Wie ist's denn- Wie geil ist- Der Ding ist gerade hier rumgeflohen! Ach so, du wirst... Boah, alter ist das gruselig. Was sollt' wenn du die- Äh, nicht die ganze Zeit die Arme... ...ja, nach oben hältst und so. Alter, ist das gruselig hier, ey. Ach du Scheiße, das ist jetzt schwer! Lauf! 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 laufen laufen hier ist ein Traktor egal ob es auch hier ist konkretiert einmal und dann kommt man durch wohin denn eine Art Art zu mir zu mir zu mir weiter diese Scheune leute noch ich komme nicht mehr durch er denkt er und die weiter weiter vor Ort er ist mit dem Weißfeld entweder sie müssen siehst sie so unsere blauen Punkte oder ja aber hätte er eine Kaffee Dostock geht's noch und auch weiter ist von oben runter geflogen das ist so ein schnick im Zaun Scheiße keine Muni mehr die keine Munition rum ich glaube nicht ich habe noch 730 Hilfe Naht Alter der 1 komm ich hab kein ich glaube wir müssen jetzt den Haus Leute kommen was macht ihr was macht ihr denn ich habe hier gerade einen Hunter gehabt Scheiße Leute seid ihr ich konnte nicht ich war auf dem Weg zu dir aber ich bin vorbeigelaufen ich wollte gerade dich holen kommen aber ich hatte einen Hunter am Arsch gehabt kannst du ein Video sehen und ich hab ich hab den fucking Hunter mitten im Flug noch abgewehrt und ich hab ne Auszeichnung dadurch bekommen jetzt bin ich total cool und ich hab immer noch keine Munition oh scheiß drauf ich hab keine Munition ach hier ist Munition ist das jetzt die letzte Karte hier? ne ne auch fucking kein Problem mach ich immer wieder gerne ist das jetzt die letzte Karte hier? also der letzte Abschnitt oder kommt da noch was? Beate du weißt das doch immer hä? du weißt doch immer ob das das Finale ist oder nicht ooooh jetzt seid ihr ein bisschen grün im Gesicht ach scheiße alter jetzt ist ja geiler das ist richtig nervig ey ihr habt euch auch überhaupt nicht umgesehen oder oder was ist los? alter jungs ich weiß nicht mal was wir machen müssen Usa beruhig dich ich muss mich erstmal heilen ich meine da steht ja Hilfe naht ne sie sind tot doch ihre Verbunden können noch in den Kopf ey hier ist ein Tank der macht euch in den Kopf da er kommt vor Maisfeld was Mais? er nimmt Stein weg hier was auf er wirft ich glaube aber du stehst voll in meiner Schusslinie ja jetzt sucht euch auf wenige ach du scheiße alter hier war ein fetter Boomer genau um die Ecke alter auf mich ey geht's dir noch gut? drucken kuscheln hier oder was? jetzt ist jetzt ist er tot ist er angekotzt worden? ja Hunter ja irgendwo ist einer alter ich hab Angst ich komm lieber hier hoch ich hab Angst ich will ins Kinderbettchen ins Kinderbettchen ey da ist der Wixer ja ich seh den Blatter äh äh lebst du noch? Tontaubenschütze fuck you Boomer ach du scheiße gegnerischer Angriff alter ihr kriegt ja so richtig aufs Maul äh aber richtig alter ihr geht übelst die Action ich wechsle mal so ein bisschen die Sichten dann sieht das mal besser aus ok Beate komm Beate komm lieber hier hoch ne sag ich auch äh hinter dir äh boah danke ja ich hab so ein bisschen im Blick ich spuck mal weiter ok jetzt sind ja alle drei hier rum ja das ist schon mal gut ich hab keine Ahnung wo die Verstärkung kommt der hätte ich geworfen ich würd sagen zwei gucken auf diese Tür da und einer guckt raus aus dem Fenster boah Hilfe ah ich hab den Boomer extra nicht angeschossen echt die kann man doch irgendwie ausweichen mit der rechten Maul Hunter Hunter ja den kannst du wegstoßen dann spuckt er nicht ja genau alter ich hab keine Muni mehr ich auch gefasst nicht mehr diese scheiß Verstärkung muss doch langsam mal kommen hinter dir pass auf ich darf hier schwirren Alter ist hier die Action ab Alter ist hier einen einfach laufen oder ich weiß ich hab echt keine Ahnung ich mich hatten Hunter gehabt einer äh Kickbombo oder sowas ich hab einer aber ich hebe die extra für die Verstärkung auf wenn sie dann hier ist so damit wir nicht dasselbe Problem haben wie schon mal ich glaube da kommt ein Tank oder ja ähm Boomer war das und Tank kam jetzt quasi nicht ne wir lassen uns noch mal nach oben gehen Hunter Hunter ist noch was soll man hier machen ich bin an dir Alter da boah das ist doch was sollen wir hier machen was sollen wir hier machen ich glaube wir müssen weiter gehen Leute dann geht mal weiter aber wohin von wo kam ihr überhaupt ja das sieht so nach Finale aus hier irgendwie äh äh ich bin hier irgendwie hier liegt ne Kuh rum toll und die oh Tank da da bei Usha dann ist das aber noch nicht dann ist das glaube ich doch Mocha ist auch noch irgendwo ja ich geh schnell ins Haus rein ey er hat mich Hilfe Smoker? ja draußen ich bin genauso hoch wie ja mich boah alter ich bin immer haustrunken ey danke boah alter boah fuck ich bin gleich tot ich schnapp dir deine Pillen schnell hab ich Hilfe Jungs ja ich schieße ja warte ja warte ja warte mach auf Stein ja ich war hinter dem er kommt doch zu mir er kommt doch zu mir so ok er ist down Kuraki wo lang frag mich doch nicht frag mich doch nicht Munition wo wo da ist im Haus der Laster ist da der Laster ist da wo wo irgendwo ist ein Laster gekommen da ist auch aufhinein alter ok er ist tot wo ist der Laster jetzt wo ist der Laster jetzt ich will in der Tatsache aber es ist auch verdeckt ich schmeiß ne Pipebomb Tank ist auch irgendwo hier Oma genau bei euch fk ich bin low live ich sehe den Scheiß der Scheiß steht der Scheiß Laster er steht vorm Haus ach du Schraffenscheiße ach du Scheiße wir schafft's wir schafft's wir schafft's ich hab nur noch nein 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 ich ich versuche es ein Ding noch ich bin tot ach ich hab's lockert dich hat's lockert ich hab's lockert ja alter ist das scheiß ich bin alleine alter alter das tank das tank alter ach zum gedenken zum gedenken zum gedenken an ey das war krass nervös verstorben überlebende woran ich einsteck ey das mit Robert war scheiße grad am Ende ja richtig das war so scheiße knapp mhm ohja alter alter das war heftig jetzt nice ey jetzt jetzt zittern die Hände richtig was was am ende ankam nonstop die ganze zeit das hätten auf experte locker geschafft ja sicher wow ich sag mal nichts ich sag mal nichts ich sag mal nichts ok kopfschüsse kann ich gar nicht irgendwie ja dann musst du öfters mal drucken aber ich bin das voll krass ja ne ich achte gar nicht auf die köpfe ich balle einfach irgendwo auf das war's nochmal wieder 1639 wurden bei dieser Filmproduktion also Zombies verletzt das war blutdurst das war der wald das war eine spannende Folge würde ich sagen ich glaube am Ende am Ende da wo die ganzen mehr an Zombies die ganze Zeit gekommen sind da baller ich die 1-1-5 Musik rein auf jeden Fall auf jeden Fall das wird bestimmt geil jo Leute ich würde sagen das war's für diesen Part von Left 4 Red genau so sieht's aus wuhuhuhu nochmal tschau 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 bis dahin tschüss flaps aufbrechen erbrechen